4x 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 5x 4x 5x 5x 6x Das ist der Pferd, der Kirikung ist mir auf der Räder. Wenn du nicht mehr da bist, dann sagst du Bescheid, wenn du am Heli bist. Ich bin jetzt am Heli, er stand hier oben. Liegt los. Vaggenötluk. Nach 3. � although 3. 9. 10. 11. 10. 11. 11. 15. 15. Untertitelung des ZDF, 2020 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 die Tuch wird auch cool ist hat auch Spaß macht sind die Missionen Autorenn macht mit Flugzeugen Flugzeugrennen ist auch geil Wollen wir, ich muss erstmal eine Milch machen Ja, mach mal ruhig Geh mal hier schnell nach oben Geh 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, klar. Ja. Ach, du bist auf dem Balkon, deswegen wahrscheinlich die Reichweite. Ich guck mal, die Tür wieder aufgemacht. Nee, ich sage, das ist eh noch wach gewesen, von den Beinen kurz wach. Ja, das ist Beine. Ach, aber Beine wieder. So, irgendwas anderes ist hier zu fressen, oh Mensch. Schokokekse, ein paar Riegel habe ich noch. Ja, und dem Duschen, aber. Ach, muss ich nur morgen kontrollieren, erstmal was anstellen jetzt. Hier, wo ich die ja morgen sowieso handelt, wenn man da so altschöne gibt. Ach, das ist ja schon wieder hier, ne? Oh, Milchkarkekse. Mit Schoko. Oh. 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 Was soll man machen? Das ist doch zum Lagerplatz. Aha. Ja, da brauchst du ein Auto. Naja, warte mal. Machen wir uns einfach. Warte kurz. Kannst du dein Auto eigentlich gerufen? Ja, warte mal. Warte mal. Achso, ne. Ich wollte mir jetzt ein Taxi rufen, aber... geht jetzt nicht. Aha. Ich fahre nur zur Straße hin. Jo, ab zur Straße. Ab zur Straße. Ab aufm Strich. Labend. Ja. Ja. Hat dein Walschloch. Alter, hat nochmal... Ja, Feuer hier, du. Was soll's? Oh, Feuer ist. Ach, das war schon vorher viel? Ja. Das ist ein bisschen, ja. Guten Abend. Guten Abend. Also wo in der halben Stunde dort sind wir noch? Ja, ungefähr. Und das jetzt, äh, kannst du als Rheintirisch schon spielen? Die Daten zum Start sind schon abgeschlossen und sind schon installiert. Aber für alle Daten. Brauche ich halt noch 30 Minuten. Ja, ich habe noch 30 Minuten.